Noch eine Kölner Fußball-Legende hat uns ja viel zu früh und viel zu jung verlassen, Heinz Flohe. Als er 2013 starb, trauerten nicht nur die Fortuna und FC-Fans. Heinz Flohe ist wahrscheinlich einer der besten Fußballer Deutschlands gewesen, das sagt Fußball-Kaiser Beckenbauer. In Köln bezweifelt das ohnehin keiner. Wer es nicht glaubt, der Film Heinz Flohe, der mit dem Ball tanzte, er beweist es. Mit privaten Geldern durch Crowdfunding finanziert, hat der Film gestern Premiere gefeiert. Und Sie können ihn ab sofort als DVD kaufen. 104 emotionale Minuten, ein nervöser Filmemacher und anschließend stehende Ovationen des Premierenpublikums. Der Film über Heinz Flohe versucht, vor allen Dingen aber auch aus dieser Kölner Nische wegzukommen, den Mann irgendwie auch möglichst bundesweit vielleicht den Stellenwert zu geben, den er verdient. Er hat ein bisschen tendiert zu Schalke. Im Grunde wollte er nicht zum FC. Hochnesier-Verein und ein bisschen arrogant. Anfang der 60er Jahre war der 1. FC Köln das Maß aller Dinge im deutschen Fußball. Der Film ist doch beeindruckend und sehr aufschlussreich. Schildert etwas die Kölner Mentalität und zeigt mir, dass ich doch viele Jahre mit ihm zu tun hatte, als aktiver Spieler und auch als Manager, Seiten, die ich einigen an ihm nicht gesehen habe. Für Heinz Flohe galt es, sich im Mannschaftsgefüge durchzusetzen. Das Herz seines Boxers kam ihm dabei zugute. Ja, da bist du erstmal nur der Hintere. Beim FC war es ganz extrem. Wir hatten ja drei Kabinen. Nationalspieler, Normalspieler und die Arschlöcher. Und so war es im Bus auch. Vorne saßen, die hatten alle ihren festen Sitz und die Idioten saßen hinten auf der Rückbank. Weisweiler puschte Flohe. Wenn der Henn ist, die ist, Flocke! Also da konnte einem ja Angst werden. Flocke! Flocke! Ich habe im Fernsehnräuber Hotzenplatz gesehen. Vor dem hatte ich Angst. Und vor dem Henn ist Weisweiler Angst. Noch einmal Höhepunkt des Jubels. Heinz Flohe, Harald Schumacher, der Torwart, zeigen die Schale den Fans, den inzwischen vielleicht 15.000, auf dem Platz vor dem Rathaus. Als wir dann die Meisterschale im Pokal gezeigt haben, das war die Erinnerung, die Gute ist wieder zurückgekommen. Und das ist das Wichtigste überhaupt, dass wir Heinz Flohe in guter Erinnerung behalten. Wir vermissen schon ein bisschen so im Stadion zu sehen. Und gerade wenn man das jetzt so gerade hinter sich hat, ja, es ist auf der einen Seite sehr schön, aber auch ein trauerer Tag. Auch in der Nationalmannschaft ging Flohes Stern auf. Und Heinz Flohe mit Drehschuss, so war das 1 zu 0 in der 17. Minute gefallen. Das tausendste Tor in der deutschen Länderspielgeschichte. Und alle weiteren Spieler, die in Deutschland, sagen wir mal, Kreativspieler genannt werden, haben im Grunde genommen darauf gefußt, auf das, was der zum ersten Mal gemacht hat. Flohe. Er ist total authentisch dargestellt worden. Und das passt eigentlich von Anfang an, von A bis Z, die ganze Geschichte, das passt auch zu ihm. So ist es auch gewesen. Im Mai 2010 erlitt Heinz Flohe einen Gehirnschlag und fiel drei Jahre in ein Wachkoma. Er verstarb am 15. Juni 2013 mit 65 Jahren. Der Film geht ans Herz. Der Film geht ans Herz.